Die hat mich gerade am Anfang gefragt, ob ich wirklich Orange ver... Hast du das nicht auch gehört? Ja, deswegen hab ich ja gesagt, hier, Agent Orange. Ja, genau. Versteh ich nicht. Tja, dann weiß ich ja, was los ist. Nee. Jeder, die versuchten nur, dich zu interregieren. Äh, intrigieren. Folge nicht der dunklen Seite. Ist das etwas, du möchtest sagen? Du kannst gar nicht sprechen. Ja, ich mach mal. Müllwort. So, da, und... Da, hinten. Looks like fun! Oh. Ähm. So weit, so gut. Jetzt hast du mal ins Weg gemacht, oder? Irgendwo. Ja, jetzt war hier. Hä, 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 hä. Ha, 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 ha. Und das seh ich auch noch in der kleinen Ding. Ha, 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 ha. Okay, nochmal. Weil ich glaube, du musst da... Ja. Komm mal, komm mal mit, ja. Ich muss jetzt, äh, mein gelbes... Mein rotes geht nichts weg. Deins auch. Da hab ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Okay. Try an error. Ich muss also hierbleiben. Exakt. Okay, ich bin durch. Du kannst nachkommen. Nein. Kann ich nicht. Du musst wieso da bleiben, damit ich... ...komplette Aufwand. Oh. Oh, oh, oh. Hier ist so ne... ...so ne Falle. Oh. Was ist das denn für ne Scheiße? Da hab ich... Wieso ist denn das jetzt auf einmal runtergekommen? Ich hab nicht wirklich nichts erahnen. Ist da auch ein Bewegungssensor dran? Da, dieses grüne Teil da. Ja, das ist doch ne Kamera. Da ist ne Kamera! Was soll ich denn machen? Moment, ich hab nicht... Ich kann auch nichts machen! Ich kann nicht zurück! Ach, verdammt, ich kann nur sterben. Nein! Ich wollte dich gerade ein bisschen zurückschicken. Ich kann dich ja hin und her schicken. Ach so. No what I mean. Dann lass das Teil doch runter. Also, mich nah genug dran, dass... Warte mal kurz. Du kannst mich hin und her schicken. Kannst du das so raus machen? Ne, aber ich kann auch die beiden Portale versetzen. Entweder hier vorne links, dass das da rauskommt, oder da hinten, dass das da rauskommt. Das stimmt natürlich. Dann lass mich nah genug noch ran, dass es runter geht und dann... Schenk ich dich wieder in die Richtung. Genau, ich mein's nämlich schnell da hinten und... Oh, oh. What was das denn? Ich hab in der Gegend rumgekuckt. Oh, oh. Oh, oh. Langsam fängst du's auch. Mach's zumindest jetzt nicht mehr absichtlich. Ja, gut. Jetzt muss ich aufpassen. I know's nix. Du kannst ja auch bei Tab bei mir gucken. Ja, stimmt. Wieso geht das Ding nicht runter? Ich hab zu viel Schiss. Ich wollte dich da jetzt nicht hin. Oh. Aber, äh? Was ist da nix passiert? Ich versteh auch nicht, Sion. Nee. Das geht viel zu schnell, dann ist nicht die Taktik. Ich komm nicht bis an die Wand. Ha. Also, ich hab zwar vergessen, noch ein Portal zu sitzen, aber... ...s hätte auch nicht gepasst. Scheiße. Wer muss denn dieses Ding austricksen? Was denn da hinten überhaupt? Äh, ach, warte mal. Mach das nochmal. Okay. Hoch. Nein! Soll ich dich jetzt nochmal hin und her schicken, irgendwie? Da ist so ne eigene Taktik. Oh, die war nicht schlecht. Ähm. Nice. Mhm. Okay, jetzt ist hier ein Schalter. Ich bin gespannt, was passiert. Yes, Aron. We are alone. Blue can't hear you. That's horrible. I can only imagine. What a horrible little machine. Was hat gehört? Was? Ha 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 ha! Nicht im Ernst! Ich hab dich reingelegt. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Ja, eigentlich... Ähm. Ähm? Warte, probieren wir mal ne Runde aus, hier. Ich hatte eigentlich gedacht, von wegen, du kannst jetzt da durch, aber du gehst ja direkt durch die Barriere. So, was passiert jetzt? Nein, warte, du kannst das Portal noch da hinten setzen, wo der, wo der, der Zerstörer da ist. Ich werde jetzt sterben, glaub ich. Nein! Setz dein Portal... Ja, weißt du, wo ich sitz? Nein. Ja, das glaub ich. Weil hier komm ich nicht mehr weg. Warte mal. Sicher. Ja. Du hast recht. Keine... Jetzt kommst du genau so hin wie ich. Das ist zwar nicht, glaub ich, so ganz gewollt gewesen, aber ich glaub, du hättest es... Oh oh. Oh. Das glaub ich, sonst auch da setzen können. Ähm. Du wärst dann... ach, egal. Pfff, schnuppe! Oh ja. Komm, komm! Warte! Aber vergessen, was? Das gibt's doch gar nicht! Oh, dummer, dummer Roboter, ey. High five! Kann ich ablehnen? Nein, kann ich nicht. Hä? Slappeln, die Hände. Das ist etwas. Es scheint, dass ich dich versuche, um dich zu entfernen, um dich zu zerstören, du einfach weitergehen. Du einfach weitergehen. Du bist egal, wie du hast, um besser als die anderen zu sein. Es ist wie, dass du einfach machines bist. Hier kommst du wieder zurück You're right Das geht nicht Aber ich kann hier durch Und mich auf den Schalter stellen Was passiert denn? Was passiert das? Herzlichen Glückwunsch Das blaue wird Ach, warte mal eine Sekunde Hier muss auf jeden Fall einer sein Und der muss irgendeinen Quatsch machen Ach, schau an, das ist schon mal was Ah, okay, ja, ich seh's Ich guck dir gerade zu Da kannst du sogar hin, wenn du Irgendwie zu dem Schalter kommst Weißt du, wenn man zum Schalter kommt? Denk's von dir? Ist nicht der Trick, zu dem Schalter da zu kommen? Achso, ja, das kann ich so sagen Dann Warte mal Ja doch, klar Warte, mein gelbes ist da Jetzt muss ich nur mein rotes irgendwo hinmachen Wo ich Poddeln kann Ich kann bei Bedarf Die ganze Schose auch hier Das blaue Zeug umdrehen Also in roh Nee, das Das glaube ich Aber ich kann mein Portal nirgendwo hinsetzen Dass ich mein gelbes nutzen kann Oh Gott Ich glaube jetzt wäre Orange nicht schlecht Okay, oder so Aber das hast du jetzt gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht Aber jetzt wäre Orange nicht schlecht Moment, was ist passiert? Okay Jetzt kann man da oben durchschießen Da werde ich mal so ein Portal hinmachen Und dann Ja, also du knallst jetzt da oben gegen Wenn du mit dem Katapult springst Wo ist denn überhaupt Exit? Da Springt Durchs Katapult Okay, kann ich mal machen Aber jetzt ist alles wieder weg, ne? Ja, das weiß ich schon Hallo Ah, schon Ähm Cool Jetzt machst du die gleiche Schose für mich Was muss ich genau machen? Ach ja Äh, da oben einzeln Und Kann ich nicht Ach ja, da oben ist schon Oh mein Gott Ich kann irgendwas anderes anbieten Wie beispielsweise Warte, ich dir mein rotes Finger macht Das hier kann ich dir anbieten Ja, herzlichen Glückwunsch Ich komme aber nicht runter Ach so Ja, warte Doch, komme ich auf jeden Fall Ja, ich weiß, du hast das, Blue Don't look so proud Oh mein Gott, ich muss auf dem Scheißschalter stehen Nein Wofür? Damit der Ding da oben runterkommt Ah nein Du hast recht Yeah 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 At the start of this course I was worried you were coming too close But in my attempt to drive you apart Okay, willst du mal anfangen? Ja, ich will nicht About trust and betraying Ah, vielleicht doch nicht Haha, das geht so Ich will nicht nur kurz anfangen, um die beiden Emotionen zu fühlen Also kann ich dir 100%信 ein also stein stelle Papier Prozent sie motiviert mich ja gerade total als er ist wir brauchst bitte nicht so krass als Mikro prüsten über ihre Leitungen nicht unterbrochen auch als erster ist er es ist ja so ein weiteres Danke. Ich dachte, du möchtest eine Herausforderung für einmal. Da war's aber der Stein. Ja, ich weiß. Aber das war ja wohl eine Anspielung. Okay, da muss man irgendwie rüberspringen und man muss Speed kriegen. Warte, warte. Was macht der Schalter? Macht er die komische Falle da? Auf Wiedersehen. Scheiße, ich verbraucht hier... ...ein, äh... ...Kasten. Einen Würfel. Ich komm wieder zurück. So fühlst du auch wieder. Was macht der Schalter? Ach so, der wechselt das. Der Schalter wechselt das. Ja, in orange. So, kommen wir schon mal auf die Seite. Ja, nur ich, du nicht. Jaja, klar. Du nicht. Der P-Club, oh oh, hier ist doch ein riesen... Oh oh, guck mal eben. Warte, was soll ich? Mach mal. Oh, das sieht ja angenehm aus. Ähm... Weil ich kann hier ein Portal hinsetzen. Und... Und hier, juhu! Das sieht gefährlich aus, gerade. Ja, geh mal da hoch. Oder? Ich glaub, das ist die einzige Möglichkeit. Jaaa... Oh Gott. Verdammte, was falsch ist. Jaaa... Wie geil! Warte, jetzt muss ich mich erst wieder orientieren. Warte, hier muss das Gelbe hängen. Das drohte erstmal unter dich. Hä? Wo müssen wir jetzt? Search Mode activated. Ach... Ach... Wie geil. Oh, 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 oh. Warte, ich kann auch noch... Ich konnte dich in die andere Richtung. Ah, ich hab nicht schnell genug geschaltet. Komm, schnucki, 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 komm, schnucki, schnucki, schnucki... Irgendwo ist da ne Drohne. Wie ne Drohne? Äh... Ach, da hinten. Die hat Search Mode activated. Achso. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ach, das ist wieder so ein... Großes, wo du mich durchlotsen musst. Ja, du musst jetzt wieder nach oben. Okay. So, und jetzt... ...nach oben. Genau. Ja, ja, ja. OPEN! So. Alles gut. Jetzt musst du da wieder so ein paar Dingens hin machen. Und dann musst du ziehen. Das heißt, das rote muss da hin, ne? Ja. Yeah. So, und jetzt musst du... ...nach unten, irgendwie. Ja, kein Problem. Du musst jetzt wieder runter. Ja. Das war's falsch. Ach, Mann! Boah, warum hab ich keinen Alkohol heute Abend? Das wär noch großartiger. Ach, da brauchst du keinen für ab. Stimmt. So, komm. Da hin, da hin. Oh. Äh. Rot. Genau. Gelb muss immer da drin bleiben. Ich darf nur rot sitzen. Oh mein Gott. Okay. Und jetzt über dich. Ja. Und jetzt, äh, hinter dich. Hinter dich. Ah, ja. Genau. Moment, jetzt seh ich da nix mehr. Äh, jetzt... Hey! Ich hab nix gemacht! Du bist aus deinem Stahl rausgefallen, ja. Egal. Und jetzt muss ich sofort, glaub ich, wieder auf... Wtf. Wtf. Da hat's fang gemacht. Der kommt ja zwischendurch raus. In... In regelmäßigen Abständen. Ach so, dann musst du mich, äh, so balancieren. Genau. Aller guten Dinge sind fünf. Ja. Oder zehn, wer weiß. Wir werden es noch herausfinden. Jetzt darf ich meinen Einsatz nicht verschlafen. Jetzt darf ich meinen Einsatz nicht verschlafen. Oh Gott, da ist auch so'n Ding. Ja. Da schauen wir, wo ihr geschickt gemacht habt. Ja, krieg dich. So, jetzt musst du...